Ich heiße Edmund Bahr, ich bin verantwortlich für Qualität, Logistik und Produktion der KUKA Deutschland hier am Standort in Augsburg und an unseren ungarischen Standorten. Seit 125 Jahren gibt es die KUKA in Augsburg. Vor über 50 Jahren wurde hier der erste elektrisch betriebene Sechsachsroboter entwickelt und produziert. Heute arbeiten in Augsburg auf ca. 80.000 Quadratmeter Hallenfläche, über 800 Mitarbeiter in Produktion und Logistik. Produzieren tun wir in Augsburg weitgehend sämtliche Robotertypen, Positionierer, EGVs, Abstands-Weltungsmaschinen und Lösungen, Zellenapplikationen inklusive Service-Refurbishment und komplette Linien für den Anlagenbau. Unsere Linearachsen montieren wir in Kissing, das ist etwa zehn Kilometer in Süden. Controller, Kabel und Energiezuführungen kommen aus unseren Werken in Ungarn. Und da über 50 Prozent des Robotics-Weltmarkts sich in China befinden, entwickeln und produzieren wir in Schunde lokal und kundennah unter anderem auch spezifische für den asiatischen Markt ausgerichtete Roboter. Nachhaltigkeit beginnt bereits beim Produkt. So ist der aktuelle QUANTEC 2 um bis zu 60 Prozent energieeffizienter wie sein Vorgänger. Themen wie Refurbishment, Remanufacturing, Recycling rücken immer mehr in den Fokus. Für die KUKA haben wir ganz klare Umweltziele definiert und auf die einzelnen Bereiche heruntergebrochen. Wir nutzen moderne Standards in unseren Werkshallen wie intelligente Abschaltautomatiken und aktuell läuft gerade ein Projekt in Richtung Digitalisierung und es wird ab nächstes Jahr die Papiermenge von jährlich 200 Bäumen einsparen. Aber zum Thema Nachhaltigkeit gehören auch Überlegungen, welche Fertigungsverfahren setzen wir zukünftig ein, welche Rohmaterialien verwenden wir und wo werden diese gesourcet. Denken Sie an Fachkräftemangel, Altersstruktur der Mitarbeitenden, sind die Arbeitsplätze ergonomisch und sicher gestaltet. Alles Themen, die zum Aspekt Nachhaltigkeit zählen. In den nächsten Jahren stehen hier in Augsburg etliche Gebäude zur Sanierung an. Das macht es möglich und nötig, unsere Logistik- und Produktionsprozesse komplett zu überdenken und neu aufzuplanen. Es ist eine große Schaß, alles neu zu gestalten und uns für die Zukunft stark aufzustellen. Smarte Automatisierungslösungen, eine höhere Transparenz durch Digitalisierung sind hier Grundvoraussetzungen. Nachhaltigkeit ein wesentlicher Aspekt. Die Synergien durch die gute Vernetzung zwischen R&D, Operations, Sales und Service, aber auch zwischen unseren weltweiten Standorten macht sich hier bezahlt. Über 34 Jahre KUKA. Der persönliche Stolz, ein Teil der KUKA-Erfolgsgeschichte zu sein. Kollegen, auf die man sich verlassen kann. Kollegen, die sich aber auch auf mich verlassen. Bislang kein Tag langweilig. Immer neue Herausforderungen, immer wieder neue Möglichkeiten. Man kann mitgestalten, man kann etwas bewegen. Keep on moving! Zum Schluss! Untertitelung des ZDF, 2020